Schmal auf der Straße, groß im Feld. Die EasyCut Scheibenmähwerke R280 und R320 überzeugen durch ihre hohe Flächenleistung und einfachen Aufbau. Innovativ ist die Schwerpunktaufhängung DuoGrip mit einstellbarem Auflagedruck über die gesamte Arbeitsbreite. Sauber auch der streifenlose Schnitt durch einen optimierten Mähholm und SmartCut. Der Krone-Scheibenmäher EasyCut R360 ist mit 3,60 Meter Arbeitsbreite eine überzeugend wirtschaftliche Lösung. Dieser leistungsstarke Anbaumäher überzeugt unter allen Einsatzbedingungen. Je nach Ausführung und Drehrichtung der Mähscheiben legt der EasyCut R360 das Mähgut in zwei Schwaden oder breit ab. In der Grundausrüstung mit Mähscheiben in der Drehrichtung B legt EasyCut R360 das Futter breitflächig ab. Die Abtrocknung erfolgt zügig. Geerntet wird qualitativ hochwertiges Futter mit geringen Verlusten. In der optionalen Ausrüstung mit Mähscheiben in der Drehrichtung A legt EasyCut R360 auf Wunsch das Futter in zwei gleichen Schwaden ab. Krone kennt die vielfältigen Anforderungen der landwirtschaftlichen Praxis. Die EasyCut Heckscheibenmäher R280CV und R320CV bieten mit ihrer Technik einen hohen Nutzen und Komfort. Der Hochleistungsaufbereiter CV mit seinen griffigen V-förmigen Stahlzinken bearbeitet das Futter über die gesamte Breite des Mähholmes. Der große CV-Durchmesser von 64 cm und die schraubenförmige Anordnung der Zinken stehen für einen kontinuierlichen Gutfluss, hohe Aufnahmekapazität und beste Aufbereitung. Mit Hilfe der optionalen Schwadformer wird Lage und Breite des Schwades bestimmt. Bei weichen und feuchten Untergründen kann die Schwadbreite schmal gewählt werden. Dann drücken die Traktorreifen das frisch gemähte Gras nicht in den Boden. Wird das Futter breit und leicht, luftig und locker abgelegt, wird die Abtrocknung beschleunigt und die Basis für eine bessere Silagequalität gelegt. Krone – Technik für Grünland-Profis